hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch nur ganz kurz zeigen wie wir die bilder in den firefox browser blockieren können sei es um bandbreite zu sparen wenn wir vielleicht begrenztes übertragungsvolumen haben oder damit die seiten schneller geladen werden oder warum jedenfalls geht es sehr schnell und einfach wenn man weiß wie und zwar gibt es mehrere möglichkeiten die ich jetzt euch zeigen werde die einfachste hier ist einfach mit der rechten maustaste auf der entsprechenden webseite hier seiten informationen anzeigen und hier unter medien haben wir die möglichkeit hier einmal ein häckchen zu setzen grafiken von der entsprechende seite hier blockieren und schon werden die bilder hier nicht mehr angezeigt geladen beziehungsweise gibt es hier noch die möglichkeit über die berechtigung hier den option hier die berechtigung für die bestimmte webseite zu managen und zwar haben wir hier grafiken laden standard ist erlaubt wir können hier den häckchen rausnehmen und blockieren und ja das ist eine weitere möglichkeit das gilt allerdings nur für einzelne bestimmte webseiten wenn wir das aber global für alle webseiten blockieren wollen die bilder und grafiken können wir hier über die konfig seite von firefox hier einfach erbaut doppelpunkt konfig hier eingeben in die url zeile und enter die warnmeldung hier einfach bestätigen und hier suchen wir einfach nach die vorgut und image das ist das permission punkt default image standard wert ist hier eins das bedeutet dass die bilder geladen und angezeigt werden und wenn wir jetzt hier einfach mit dem doppelklick die und hier den wert ändern auf 2 zack dann sind jetzt die bilder für alle webseiten hier geblockt ja die werden nicht mehr geladen sieht vielleicht nicht mehr so cool aus die seite wird aber viel schneller geladen und es spart wie gesagt bandbreite wenn wir das nötig haben das weitere können wir hier noch den wert hier auf 3 ändern sagt und das bedeutet jetzt dass die bilder der eigenen webseite geladen werden allerdings die bilder vom dritte ich guck mal ganz kurz also die eingebundenen bilder halt von einer dritte webseite sozusagen die werden dann nicht mehr geladen sag jetzt sollte es hier genau also die eigenen bilder hier werden geladen wie gesagt und andere bilder die irgendwie eingebunden sind werden halt nicht mehr geladen genau das war es auch schon alles ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen weiter helfen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen über ein abo und ein like freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.